Klassiker. Settled? Alright. Let's not keep Victoria waiting. Wir haben uns dummernd ausgewählt. Which one did you pick, Max? Oh, don't worry, I won't pick just beat you that's silly. Sie wird kein Buchmann auswählen, was uns zu schlagen. Das wäre blöd. But I already know which one I went away. Anyway. Well, then, shall we? Okay, wait here for me, Max. Lass mich überlegen. Wasser-Pokémon? Oh, wieder mal hier. Hey, you are cute. Oh, danke. What? Haha, no, I didn't say anything. Hey, was Aime just here? Oh, so she's with someone else. Kay? My name is Kay. How about yours? Max, für die Name. Danke, 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 danke. So, by the look of it, you just got your first Buchmann. Are you gonna challenge the League? I was just coming here to start over. Figured I'd try taking on this League instead. So nice. What are you saying to a battle? If it's your first time, I'll be gentle. Oh, and that was the first to fight against Victoria, but against Kay. I'll be gentle. Pretty boy, pretty boy. He 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 he. Nidoran. Nidoran mannlich. Nidoran. Ja, bevor ich hier angreife. Ich will jetzt hier keine anderen YouTuber irgendwie angreifen, aber... ...desämmer mich auch keinen Namen. Es gibt einen anderen... Ihr müsst einfach nur danach suchen. Ich sage keinen Namen, aber... Es gibt wirklich einen, ich hab da den ersten Part hab ich schon geguckt, deswegen kenn ich das schon ein bisschen, uns die Titel von den Videos gelesen. Da regt sich tatsächlich einer der Display auf YouTube auf, darüber, dass man dort sagt, dass man am Anfang non-binary wählen darf und blastert und sagt darüber, das ist Nonsense und so weiter, das ist Bullshit und so weiter. Das ist da, da dachte ich mir nur so, halt dein Maul. Und da regt er sich, und da regt er sich, und da gibt es dann irgendwie einen Part 4 oder 5, irgendwo gibt es dann einen Part-Titel, da ist das erste, das erste nicht-binäre Pokémon, das uns nennt, und uns im Thumbnail ist Nidoran abgebildet, wo ich mir dachte, ey du Lauch, du, 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 du Pfeife, Nidoran, das erste, als ob. Als ob der sich dann darüber aufregt, dass Nidoran, wir alle wissen, dass Nidoran weiblich und männlich gibt es, dass das, 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 das ist schon seit der ersten Generation, seit es Nidoran überhaupt gibt es, das ist nicht neu für dieses Spiel konzentriert worden, das ist, ey, das ist, du Flasche, dachte ich mir so, das ist, ey, das ist so, ich weiß nicht. Fand ich irgendwie auch ein bisschen lustig, deswegen, ohne jetzt in Fronten zu wollen, aber es ist so ein bisschen, ja, äh, sich dann darüber aufregt, dass Nidoran in weiblich und männlich gibt es, dass es alles so ist, oh mein Gott. Noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt und dann, welch den, den Eck hier, sich dann darüber aufgeregt. Genau das, meine Fressen. Ich nenne keinen Namen deswegen, also, nimm es mir nicht übel, lieber YouTuber, falls du das irgendwann mal siehst. Ähm, es ist, ähm, es ist nicht böse gemeint, das ist, ich fand es, also, ähm, sich darüber aufzuregen, dass, dass es Nidoran gibt, das ist natürlich Blödsinn. Aber, ja, lass es nicht drüber reden. Die Diskussion bringt nichts. Der Fuhn Nidoran fängt dazu. Okay, der Ding aber siegt. Max Defeated Pretty Boy, okay. Also, ich liebe das Spiel jetzt schon. Der Pretty Boy, der uns cute findet. Der Zug, der Zug Crash und so weiter, ist es einfach. Wow. Cute and talented. Das Spiel ist, es ist einfach, ja. Es ist großartig. Sehr schön. Let's get our Pokemon, healed up. Der ist a Pokemon Center, built in white over here. Aber auch schön, hier ist es wieder, er hat einen Starter Nidoran. Wir haben dort oben die Auswahl zwischen, ich habe es eben gerade gesehen, zwischen allen Feuer, Wasser und Pflanzen Starteren aller Generation bis zu siebten. Und er hat einen Nidoran als Starter. Okay, welcome, allow me to hear your Pokemon. Here you go, we hope to see you again. There you are. Sorry, I cannot stole Max. Was? Mich steh'n. Mich doch. Okay, wait, I forgot you were coming by. It's okay, it's okay, when you were gonna, I met Max and had some fun. Had some fun. So that's kind of person Max's. Hello, hello, nein. Na, we just had a battle. Oh, that's the sound fun. I wanna try out my new Pokemon too. Mich, dass sie grüchtern stehen. Max, are you up for one more? Okay, I'll let you register as a challenger while they do that come with me. Oh, yes, Master. Master? Nothing. Oh, come on. Okay, wie konnte er sich schon Nidoran anfangen, wenn er noch keinen Starter hat? Ich durfte da noch nicht hoch. Then, let's begin. My Sensei said that learning to work and train together with Pokemon would be an invariable step on my journey of personal growth. Max, let's take these first steps together. Max with Victoria. Okay, was hat sie noch mal litten? Interessant. Das ist Feuerpokémon der siebten Generation, Flammejau. Wir sind schon Nidoran 6, also dürfte das kein Problem sein. Interessante Kampfmusik übrigens. Gefällt mir. Großer, die Kampfmusik, jetzt schon. Die Musik ist anders, aber okay. Ember erlernt, so müsste Blut sein. Oh, es ist schon vorbei. Max hat 70 Pukodollars für Winnung. Ich sehe gleich das Kampf, Herr Fummo. Du bist nicht normaler Trainer. Du bist nicht normaler Trainer. Du bist nicht normaler Trainer. Du bist... Hier. Ja, ich warte für euch, wenn ihr fertig seid. Ich bin all set, also werde ich auf den Weg gehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, war es noch mehr zu tun? Mal sehen. Sorry, we kept you waiting. No worries. Already took care of the documentation while you two were finishing. So, then all that's left is to give you these. Firstly, a Pokédex. You know, that will, yeah? Makes receive Pokédex. Secondly, the Pokédex. This device allows you to check the map, listen to music, and use online functions. Makes receive the Pokédex. Online Funktion. Finally, as a promotional bonus from Silphco, please take these running shoes. As much as I hate advertising, they are convenient. With these, you can hold the spacebar or toggle the auto run in the option menu. And don't worry, nobody cares if you run inside. Schön so klein ist so kleine Seitenheber in Richtung der Originalspiegel. Max received the running shoes. With that, you are all set. I've got more damage control to run, so I am afraid I have to leave you now. We'll be fine. Thanks for the help. Good luck out of there, out there. And maybe send a tip to your local officer, if you happen to see anyone who looks like they might want to blow up a train station. Julia doesn't count. Until next time. Alright, I'll get going and check in with Kiki. Oh, with Kiki. She is my teacher. I am an apprentice at a pop-through academy across the lake from the city. If you are ever in the area, I am sure they'd love you to drop by. Anyway, here. These might help you get started. Hmm. Max received 5 book walls. 5th book about it they have become. I know a lot of people say that Pokemon are real in the city. But you can find them still. Sometimes they like to stay hidden. But just look around a bit. I am sure you will manage. For now, just explore the city. I'll see you around. Okay. Na dann. Ich würde mal sagen. Spielen wir noch ein paar Minuten weiter. Ich werde versuchen, am Ende der Parts immer eine kleine Verabschiedung zu bringen. Wird mir nicht immer gelingen, weil wenn Zwischensequenzen sind oder wenn Text am Laufen ist, dann welche Parts einfach cutten. Und dann wird es einfach... Dann wird es dann... Dann wird es nicht klappen mit der Verabschiedung. Das... Wir sind jetzt hier schon in Part 2. Ähm... Also... Ja... Wir reden hier noch ein bisschen mit den Leuten. Ähm... Scheint wohl das die böse Team zu sein, aber ich glaube das ist eine Verschwörungstheorie. will ich sagen. Und sie erzählen, dass sie damals nicht weg sind. Und sie sagten, dass sie mal so nicht weg sind. Und die meisten anderen Regionen, die Rebonge hat ein total von 18 Meter. Cool. Right. 18 Pokémoner Ring, ok. Das wird ein ganzes Stück Arbeit und das werden wir an diesem Letteney nicht schaffen. Vielleicht spielen wir es irgendwann mal weiter. Wir wollen sie nicht einfach, aber wir wollen sie zu clearen, wenn die neue Trainers kommen. Wir wollen keine über-Jalust-Jalust-Jalust-Jalust-Jalust-Walking auf der Level-V-Starter. Ja, das ist alles nur ein kleines Anspielen. Hier in 24 Parts werden wir hier nicht alles schaffen. Für die Bookman-Generation, die ich sonst noch gespielt habe, habe ich gut 60, 70 Parts gebraucht, um das durchzuspielen. Also die Let's Plays, die ich woanders in den Playlists gesehen habe, haben teilweise 100 Parts. Also wir werden das nicht ansatzweise schaffen, durchzuspielen. Aber als kleines Anspielen, als groben im Blick die Story zu kriegen, also 24 Parts werden reichen. Also 2, 3 Arenen werden wir bestimmt schaffen. Das ist da schon, also ein Stück von der Story werden wir schon gut mitnehmen können. Also, wenn es euch dann guckt, wenn es euch kratzt, das dann weiter zu sehen. Das ist kostenlos downloadbar. Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr euch das gratis downloaden und selber spielen auf dem PC. Das ist absolut, kostet nichts gratis, dieses wundervolle Spiel. Ich liebe es jetzt schon. Allein die Auswahl dort, das war alle Bookman bis zur siebten Generation dort haben. Das soll wieder ab und zu auch regelmäßig geupdatet werden, das Spiel. Das erklärt auch, warum da bis zur siebten Generation drin sind. Vielleicht auch dann noch irgendwann die Acht genau zu sehen oder auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Also, bei einer Auswahl von, das kann ich rechnen, dreimal sieben Pokémon. 21 Pokémon, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Und ich bin in der schlechten Matte. Ähm, ein Ziel. Not sure where to head. Closest gym is in the period peri-deutsch world. Just west of here. Okay. Da werden wir mal hin. Reborn Pokémon, Reintroduction Project. RPRP. An effort to revitalize wildlife and natural surroundings. A large number of Pokémon have recently been imported into the region. We hope that they will successfully repopulate the region. Provided of course trainers, who not capture them. Ah ja, stimmt. Das habe ich auch schon im Vorhinein gelesen. Das Spiel beinhaltet... Vielleicht nicht alle, aber zumindest die meisten Pokémon. Einige Pokémon von allen Generationen. Ich bin bisher wirklich begeistert. Die Charaktere sind auch bisher großartig. Ich finde es toll, die Ironie dort. Dieses bisschen düstere, dann auch mit dem Zug dort. Das war die Option mit Non-Binary Hands. Das war die... Das war die... Das war die... Die crazy... Die creepige Arm, die in der Schule findet. Der Schulte findet. Und der Süßt findet. Das ist ein PSA für alle Trainers. Pfle, zu befreien von Descendingen Waterfalls in der Region without a proof machine usage many cascades are very tall and riding them don't want reckless recklessly maybe is several safety hazards to realize you have stay safe until you have that machine contact reborn city staff if you need assistance thank you i have warned that i don't want to do the water falls to the attack that we will not do before we can attack i have heard that syfco is working on a way to make pokemon dead a wolf by trade or use the stones that technology is truly amazing victor steiner holy champ having a rough time if you'd like your life to be a little easier in the future i can let you in a secret next time someone asks you for password try telling them not light mode i will not know light mode und jetzt müssen wir uns mal notieren das könnte relevant werden das Passwort haben wir hier noch nicht gehabt beim Entzug aber später haben wir eins da fehlt uns jetzt ein kleines Passwort das wird sich notiert das wird sich notiert ich will gar nicht wissen was passiert wenn wir mal night mode nehmen dann wird sich ja das hell ich hoffe ich kann das dann zurückschalten ich hoffe ich kann das dann zurückschalten ich hoffe ich kann das dann zurückschalten light mode ok ok ich kann das nicht hinweg ok ich bin dran ich kann das nicht hinweg ich kann das nicht hinweg ich kann das nicht hinweg Ein kleines Extravassion, was mit EP-Werpen und was macht. Das frischte ein bisschen an unseren Werpen. I hear Pokemon with hidden abilities. I have been showing up in the wild lately. Man, I'd like to get my hands on some of those. Wir werden lieber schlecht tun. Young Trainer, a master place to stay out of that always alleyways in the city. Too many of you have fallen into a gang activity as is. Stay urgent and stay clean. You can make the city as great as it once was. It helps that we can contribute to the specific team. As alternative Nando strong. What I've always wanted for Pokemon players. Man, I was hoping to go study at a pop-fi academy. But there's no way I can cross the lake with cool pier shut down. Okay. Why doesn't anywhere sell great bones? It's not fair. I mean the obsidian department store. But you need lots of stickers for that. Maybe I should just learn to use the specialty bones from critical capture. Okay. What to watch news. Interviews, profiles, something better. Breaking news. With gossip. Gardevoir. Hello everyone. It's me. Everyone's favorite Gardevoir. Here with the latest and the greatest in breaking news. Planet growth continues to escalate out of control and obsidian awards despite the city's best efforts to contain the unusual phenomenon. Reborn's own vast gym leader, Florina, has stepped into the situation but so far no results have been re-rooted. Can anything calm this dire scenario? Stay tuned to find it out. XOXO. Gardevoir. Gardevoir. Raya. I hear shiny Pokemon appear much more frequently reborn than other places. And they look different from most Chinese too. Who wants to bet its house of radiation? Aha. The Pokemon Uranium. Uranium. We'll see it later on the channel. Who wants to watch it? It should be linked. We're not very close. There was an arena that we didn't achieve. But there were a few parts of it. Uranium. We played as the last one. So that's this fan hack. Traitor, can I interest you in some delicious treats? Common candies are cheap and delicious. Never mind. Their side effects are lowering. The Pokemon level. Buy up. They are insane. Okay. Common candy. Okay. We're going to get one. Is there anything else I can help you with? Okay. It doesn't feel too much here. We can run here all. Audi trainer. You ain't come at the best time. Once upon a time reborn was an oasis in the desert. But then all of this city sprung up into the waste format. And then what you see is what you got. You take care of children around here. Alright. Okay. We'll go over here a little bit. I have to talk with the people. I came here because I heard there was a leak. But it's so poorly organized. I've been trying to contact a certain gym leader for weeks. But his caretaker wants to let him battle apparently. Sorry for my bad English. Hey. You've got a problem. Hm. They're very much tried. Keep older you're always. And there are always two day hours. Okay. We want him to train. Good. Good problem, Paul. There's an old abandoned power plant up north. I hear kids disappear when it's windy and show up there. Weird, right? Okay. There are things we know. Let's craft them. It's true. Isn't it hard to keep track of start stages all the time? But you can press control in battle to toggle a view of everyone's current stages. Niffy. Ain't humble enough. You wanna know something, buddy? I'll tell you a secret. The lake waters too toxic to fish in. But my buddy's got the swimming pool in this house. When the Pokemon in Azurine Lake started getting sick, he rescued a few of them and kept them in his swimming pool. You know the place is practically like an aquarium. Aha. Seriously. I'm looking for more Pokemon. Of course, you are. Where then have I got an idea for you? How would you like to be the port new owner of one fantastic beast? This Pokemon is so powerful, so utterly badass, it's been heavily wounded among dragons for centuries. For you, I'll make a special discount. Bring the price down to only $500. What do you say? Kauf mal dir, katzemsack. What's all this? Aha. Thank you. Thank you. Hey, badass, you say? Not a bad deal. I think I'll just help myself. The Pokemon was stolen. See ya, nerds. Well, I got my money. That's your problem now. But if you really wanted to get that ultra rare Pokemon, you could try and find out that guy. Fucks like him hang out at the end of the tracks in the period, but good luck. Okay. Jetzt haben wir Geld ausgegeben und haben noch nicht mal ein Pokemon zu bekommen. Machen wir gleich. Okay. Können wir jetzt in den Tag gucken. Ah, hier. Ja, das ist unser, unser Commander. Unser Starter. Hier sprechen wir nochmal. Na dann, ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Absolut. Toll Tag. Bis zum nächsten Part morgen. Haut ane. Ciao. Ciao.